So, ganz kurz Themawechsel. Ich sehe gerade, der probiert sich ja in der letzten Zeit so ein bisschen aus in verschiedenen Ländern und guckt so sich das verschiedene Leben an. No joke, wir haben die letzten Monate so zugesetzt mit Dunkelheit und nicht rausgehen können und so, dass ich wirklich vom Tag zu Tag mehr überlegen bin, ob ich nicht auswandern soll. Oder was heißt auswandern? Zumindest irgendwo anders hin. Mal für ein Jahr. So testen. Ich habe jetzt schon mehr mit Kumpels und so drüber gesprochen, dass es wahrscheinlich eigentlich jetzt abseits von Corona keine bessere Zeit gäbe. No Flex könnte es mir gerade gut leisten. Ich habe einen Job, den ich von überall machen kann und ich glaube, es würde mir krank, krank, krank gut tun. Und ich bin wirklich von Tag zu Tag mehr am überlegen. Madeira, keine Ahnung wohin. Ich finde Spanien geil, ich finde Portugal geil. Ich würde, glaube ich, ganz gerne in Europa bleiben. Irgendwohin, wo, also ich glaube, richtig in den Süden, richtig weit in den Süden. Wahrscheinlich am ehesten so Süd-Portugal oder so, weil es da halt im Winter auch noch angenehm warm ist. Spanien und so, Südfrankreich, das wird auch im Winter noch richtig kalt. Also wenn, dann richtig, richtig weit in den Süden. Keine Ahnung, Alter. Mit oder ohne Karre auswandern. Am liebsten irgendwo hin, wo ich kein Auto brauche. Keine Ahnung. Das ist also, die letzten Monate, das war schon wirklich hart. Hart. Portugal auch anders, nicht safe? Wie meinst du? Das Einzige, was an Portugal scheiße ist, dass es keine Amazon gibt. Ja, irgendwie so, das ist jetzt nicht, ist jetzt nicht super aktuell. Also ich packe jetzt nicht morgen meine Koffer, aber ich warte jetzt mal Bali und so habe ich auch überlegt. Aber das ist mir eigentlich zu weit weg. So, ich will gerne noch easy nach Hause können, wenn irgendwas wäre. Aber ich will einfach die Möglichkeit haben, ohne Stress nach Hause zu kommen. Ich meine, wenn ich jetzt in Süd-Portugal bin, dann steige ich in einen Flieger und bin in vier Stunden zu Hause. Wenn ich auf Bali bin, dann bin ich erstmal 24 Stunden unterwegs. Dubai? Nee, auf gar keinen Fall. Die Sache ist halt, was Deutschland ausmacht, ist, dass ich meine Leute um mich herum habe. Das ist halt beim Auswandern, du kannst die nicht alle mitnehmen. Ich glaube, ich bin nicht glücklicher, wenn ich auswandere, den ganzen Tag Sonne habe, es die ganze Zeit warm ist, aber ich meine Leute nicht mehr um mich herum habe. Wenn ich nicht mehr mit Max im Büro bin, wenn ich nicht mehr nach Hause komme und Jakob ist da, wenn ich nicht, ne? So, keine Ahnung. Es macht schon Bock in Köln, wenn kein Corona ist, durch die Stadt zu laufen und überall Leute zu treffen, die man kennt. Mittlerweile ist dieser Kreis in Köln von Leuten, die ich kenne, mit denen ich gut bin, die alle irgendwie ihr Ding machen, ist so groß geworden, dass es wirklich sehr, sehr nice ist hier. Auf der anderen Seite denke ich halt so, es wird immer so sein, dass man Leute zu Hause hat, die man natürlich nicht mitnehmen kann und so. Und dann habe ich überlegt, okay, geht man irgendwo hin, wo man über Winter ist, aber man easy noch so hin und her kann. Also, nur weil ich hauptsächlich in einem anderen Land wohne, heißt das ja nicht, dass ich nicht zurück nach Deutschland gehen kann. Im September, August, wann auch immer, in den warmen Monaten, wenn es hier nice ist. So, ich will halt einfach so komplett frei sein, das immer frei entscheiden können. Und momentan ist halt übelst die komische Situation, weil man das eben irgendwie nicht selber entscheiden kann. Einfach, weil es um die Sicherheit von allen geht. Das verstehe ich auch natürlich, das nehme ich alles so hin. Aber wenn es wieder möglich ist, dann werde ich, glaube ich, meine Sachen packen und irgendwo anders hin. Neuseeland, zu teuer, zu weit weg. Also, wirklich, ich muss mal vielleicht Simon anrufen oder so. Mal checken, wie das ist. Keine Ahnung. Mir geht es gar nicht darum, mir geht es wirklich, also mir geht es Realtalk nicht um Steuern sparen. Mir geht es einfach nur darum, den Winter nicht hier zu sein. Oder mir geht es nur noch darum, Juli, August, September in Deutschland zu sein. Mal sehen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo das hinführt. Ich weiß nicht, wann. Ich weiß nicht, wie. Ich weiß nicht, mit wem. Aber ich muss das Ganze mal durchdenken. Ist auf jeden Fall eine geile Option.